Das nachfolgende Video stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf einer Aktie oder eines Finanzproduktes dar. Es handelt sich um keine Anlagenempfehlung, sondern lediglich um eine Information. Abonniert den Kanal, läutet die Glocke hinterher, dann verpasst ihr hier nichts von Aktien und Krypto-News. Hallo und herzlich willkommen zu Aktien-News. Erst nach vorneweg, wir brauchen viel mehr Aufmerksamkeit für die EMC, also auf jeden Fall den Kanal hier liken bzw. das Video liken, den Kanal abonnieren und kommentieren, damit wir hier mehr Aufmerksamkeit in die Aktie bekommen, in die EMC-Aktie und wie gesagt alle anderen Kanäle, die über EMC berichten, ebenfalls liken und die Videos liken, die Kanäle abonnieren, kommentieren. Also das ist wirklich einfach für euch, es kostet euch nichts außer ein Klick, außer Mausklick jetzt und könnte eventuell eine große oder eine größere Auswirkung haben, wenn EMC wieder so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Momentan wenig Aufmerksamkeit muss man sagen, geringes Volumen, wir haben einen Kurs von 9,33 Dollar, einen Rückgang von 1,79 Prozent und ein Volumen von 18 Millionen, was natürlich wirklich sehr sehr wenig ist, das ist durchschnittliche Volumen und das Volumen genügt hier nicht, damit hier ein größerer Schub nach oben kommt und die Aktie nicht mehr so einfach manipuliert werden kann. Solange das Volumen so niedrig ist, wird auch die Aktie einfach manipuliert werden, also geht es einfach die Aktie zu manipulieren auf jeden Fall und das wird ja auch getan. Letzte Woche ging die Kurse etwas hoch, höher, da war das Volumen eigentlich, naja war auch nicht jetzt so toll, aber es war schon ein bisschen besser und dann am Freitag wurde wieder ordentlich gedrückt und die ganzen Wochen Gewinne waren wieder verloren. So war es letzte Woche, was diese Woche passiert, werden wir sehen. Auf jeden Fall eine Zermürbungstaktik der Hedgeforce, der Shortseller und ich bin gespannt, ob es diese Woche wieder so weitergeht, aber auf jeden Fall, wie gesagt, hier muss Volumen rein, hier muss was passieren, damit der Kurs tatsächlich mal so weit nach oben geht, dass es schwerfällt, den Shortsellern, den Hedgefonds, den Kurs weiterhin zu manipulieren. Aber wie gesagt, das kann nur passieren, wenn hier Volumen reinkommt und ja, Volumen kommt halt nur rein durch irgendwelche super good news, ja und das ist momentan, ja sagen wir mal, ein bisschen Mangelware, wobei man sagen muss, Taylor Swift hat ja hier super Einnahmen generiert, am Wochenende über 130 Millionen an dem Wochenende von 13 bis 15, das war jetzt letztes Wochenende, ist natürlich schon eine Top News, muss man sagen, aber das lockt irgendwie keinen mehr so richtig in der Ofen hervor, muss man sagen, da muss noch mehr kommen, da müssen noch mehr Top News kommen, damit das hier weiter nach oben geht, damit FOMO reinkommt, damit Interesse wieder in die Aktien reinkommt. Aber das ist schon mal ein ganz guter Anfang, aber da hat natürlich gleich Investor Place entgegengehalten und hier geschrieben, ein Artikel, dass Taylor Swift nur 95 Millionen US-Dollar eingenommen hätte an Ticketverkäufen und generiert hätte, nicht eingenommen, eingenommen hat es ja AMC und Bullish-Analisten hätten erwartet 100 bis 140 Millionen US-Dollar. Jetzt haben wir ja gesehen, dass es über 130 Millionen US-Dollar waren an dem Wochenende, das heißt, die Bullish-Analisten wurden eigentlich hier die Prognosen genau getroffen. Warum die hier auf 95 Millionen gekommen sind, wahrscheinlich haben sie die Zahlen, keine Ahnung, viel früher irgendwo abgelesen irgendwo und haben nicht lang genug gewartet, bis die tatsächlichen Zahlen rauskamen und daher die 95 Millionen und das ist natürlich wieder eine absolute Fat News, die hier rausgekommen ist von Investor Place. Aber gut, das ist halt so und da müssen wir mit leben. Wir merken ja schon, dass das hier wirklich ein schwerer Kampf ist gegen die Hedgeforce, gegen die Short-Seller, weil eigentlich jeder Aufstieg im Keim erstickt wird. Und das Traurige an der ganzen Sache ist natürlich, wenn jetzt der Kurs irgendwann tatsächlich nach oben gehen würde, so richtig nach oben ausbrechen würde, müssen wir damit rechnen, dass Adam Aaron Teile von seinen 350 Millionen Aktien, die er noch auf den Markt geben kann, auf den Markt gibt, dadurch, dass Momentum wieder gebrochen wird und der Kurs eigentlich gar nicht nach oben ausbrechen kann. Also momentan meiner Meinung nach ist die Situation etwas verworren. ist etwas, ja, würde ich sagen, solange die Aktien von Adam Aaron von AMC noch über uns schweben wie ein Damoklesschwert, wird es schwierig sein, dass hier ein richtig großer Ausbruch nach oben kommt. Es sei denn, es kommen halt irgendwelche bahnbrechenden News, die ich jetzt momentan nicht sehe. Diese Konzertfilmgeschichte ist toll, ist super und jetzt nach Swift wird Beyoncé kommen, dann vielleicht Lady Gaga, Madonna hat wohl auch schon einen Konzertfilm gedreht, der dann vielleicht auch in den AMC Quineus kommen könnte. Alles toll, alles super, aber es reicht momentan nicht, um Aufmerksamkeit hier zu erlangen, zumindest nicht die Aufmerksamkeit, dass die Investoren hier reinströmen in die Aktie, sondern Volumen ist wirklich niedrig, muss man sagen. Gut, dann haben wir hier außerbörsliche Aktivitäten nichts Neues außer was Neues. Die Fails to Deliver sind extrem zurückgegangen, muss man sagen. Hier haben wir nur noch 3.900 Lieferausfälle. Im Durchschnitt 625 Millionen. Letzten Monat waren es 25.000, nicht 625 Millionen. 625 Millionen wäre toll. 625.000, was heißt toll, es wäre halt so, würde halt nach sehr, sehr vielen synthetischen Aktien aussehen. Aber mit 625.000 sind es auch noch sehr viele. Aber letzten Monat waren es glaube ich 1,8 Millionen. Das heißt, hier ist es sehr, sehr weit runtergegangen, die Fails to Deliver. Aber wir haben davon nichts gemerkt am Kurs, großartig, dass hier die Lieferausfälle, dass die abgeschlossen wurden. Davon haben wir nicht viel gemerkt, muss man wirklich sagen. Letzte Woche, klar, da ging es mal ein bisschen höher. Aber das war eigentlich gar nichts und wurde auch dann gleich am Freitag wieder vernichtet. Also wie gesagt, momentan sieht es hier meiner Meinung nach nicht ganz so rosig aus. Ist so, kennen wir schon die ganze Situation. Muss man Geduld haben, jetzt zu dem Kurs verkauft sowieso kein Ape. Also würde ich jetzt so sehen, weil das sind ja einfach lächerliche Kurse momentan. Also das resultiert meiner Meinung nach nur aus Manipulationen und natürlich aus Daytrading. Das natürlich auch, muss man schon zugeben. Aber ich denke, jemand, der hier ernsthaft investiert hat, wird natürlich zu diesem Kurs nicht verkaufen. Warum auch, ja, da denke ich mir, erwartet uns auf jeden Fall, erwarten uns Hörerkurs, wenn man hier Geduld hat und auf mittelfristige Sicht denkt. Dann haben wir hier die Top Verleiher und da ist AMC auf Platz 11. Das ist im Prinzip durch den Film von Taylor Swift, weil die AMC arbeitet ja jetzt auch als Verleiher. Und da sind im Prinzip klar, Universal, Walt Disney sind natürlich weit vorne dran. Aber immerhin auf Platz 11, AMC. Und das ist natürlich auch sehr, sehr erfreulich. Muss man schon wirklich sagen, dass die sich jetzt auch etabliert haben unter den ersten 10, würde ich sagen, fast. Also unter den ersten 11 auf jeden Fall. Auch auf jeden Fall eine positive Sache. Dann schauen wir uns die Ortex-Zahlen an. Nach wie vor ein Short-Interest von 7,61%. Auch wirklich extremst runtergegangen, muss man wirklich hier sagen. War alles zu erwarten irgendwo. Aber es ist natürlich immer wieder frustrierend, das zu sehen irgendwie. Wobei man natürlich immer wieder sagen muss, das sind freiwillig gemeldete Zahlen. Und die Zahlen aus dem Ausland sind hier auch nicht drin. Das heißt, das Short-Interest wird weitaus höher sein, als es hier dargestellt ist. 10,78% der Shares sind geliehen. Das entspricht 21 Millionen Aktien. Short-Score 58 und Utilization bei 44. Cost to Borrow, ja, sehr, sehr niedrig. Gut, also momentan ist irgendwie keine Musik hier irgendwo in der Aktie hier bei AMC. Wir hoffen ja, dass das sich wieder ändern wird. Und wie gesagt, ihr könnt was von eurer Seite aus tun, indem ihr einfach liked, indem ihr kommentiert, indem ihr andere Channels, die über AMC berichten, liked, kommentiert, dass einfach der Mainstream da vielleicht auch aufmerksam wird auf diese extreme Manipulation, die hier stattfindet. Dieses extrem Intransparente auch und dass man hier gar nicht mehr irgendwo sehen kann, ja, was echt ist irgendwo. Es ist alles irgendwie, ja, also jetzt mit dem Fails to Deliver ist wieder so eine typische Sache. Kaum Fails to Deliver, aber der Kurs hat sich auch kaum bewegt. Im Endeffekt ist eigentlich die ganze Zeit runtergegangen. Und das kann irgendwie nicht sein. Gut, ja, wie gesagt, abonniert den Kanal und läutet die Glocke hinterher, damit ihr nicht verpasst von AMC, von anderen Aktien und auch Kryptowährung. Ansonsten lasst es euch gut gehen und wir hören uns wieder. Tschüss.